Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück hier bei TDFLP, euer Stigger am Start. Wir spielen mal wieder Dust. Wir haben letztes Mal damit angefangen es zu spielen, jetzt spielen wir wieder schön weiter. Wir haben halt so eine typische Einführung gemacht, bisschen springen, bisschen kämpfen, dies, das, bisschen leveln. Und jetzt ist unsere Aufgabe, in das nächste Dorf zu gehen und dort irgendwas über uns herauszufinden. Das Ding ist, gehen wir jetzt oben rum oder nicht. Oder gehen wir unten rum. Aber hier können wir gar nicht lang. Teddi ist ja interessant. Okay, gehen wir unten lang, gehen wir erstmal nach Lien. Da ist ein Speicherpunkt. Ich würde mich gerne auch erstmal speichern. Yay! We did it! Sehr gut. Was sind das denn überhaupt für Viecher, was sind das für Monster? Sieht richtig komisch aus. Sind das Trolle oder Orcs? Boah, das sind zwei Schlüssel. Boah, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Das ist natürlich da am Anfang diese scheiß Truhe, ne? Die ich echt gerne aufmachen würde, aber ich hab keinen Bock zurückzulaufen. Also wird das, glaube ich, nichts mit der Truhe. Vielleicht irgendwann anders. Vielleicht kommen wir da nochmal irgendwie hin. Wir sind wieder irgendwo hingeportet. Aber ich weiß es nicht. Stirb! Da, da, da. Alles, alles auseinandernehmen. Was hier steht, alles. Alles. Was ist mit meinem Hals los? Ich kotze gleich. Okay. Tschüss. Dün, 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 dün. Gegner! Nicht weg! Bitte, Kassel, der ist tot. Ok, ok. Kommen wir jetzt in die Stadt, bitte. Was war das? Oh mein Gott, das sieht hier noch Stadt aus. Oh, noch neuer Fähigkeit. Oh, wir haben einen weiteren Stein. Haben wir einen? Ja, übrige Steine, einer. Hm, machen wir mal mehr Damage. Ähm, eventuell, was denn hier wird... Oh, mein Bruder. Es bleeds, das ist Banana Bleeds. Boah, das ist noch ein Schlüssel, nice Boah, ich dachte, ich bin jetzt tot, das wäre natürlich richtig uncool gewesen Boah, eine Küste Ah, da drin ist so shit, was ist das hier? Okay, das geht nicht kaputt, richtig Opfer Was ist das für ein Typ, der verkauft was? 100% verkauft der Typ was? Okay, was geht ab? Verzogene Anhänger, was drehe ich hier für Sachen? Oh, das kann ich anziehen Anziehen Was kann ich daraus jetzt bauen? Oh, ist das für ein Schmied oder was? Ich würde mit dem gerne quatschen Der sieht aber knuffig aus Wer bist du? Wer bist du? Nur ein Freund mit vielen Wehrs Okay 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 Was will der dafür? 80%?! Für ne Tomate?! Nee 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 Das machen wir nicht Nee Nee Baumwollweste Komm wir gönnen uns eine Und den Ring gönnen wir uns auch Verkaufsmenü Ja Ja Ich weiß halt nicht was das heißt, dass das hier Dass das so ein Häkchen hat Katago- Katalogisiert vorrätig Toll Nee Check out the garments Before You leave My That would depend on If I may be so bold You are not prepared for the journey ahead Please Accept this blueprint as a gift Should you find a blu- I can offer you materials as well Though I'm not entirely Once you've sold me a new material type I will be able to restock my store with it As for your reward I will pay you a- Ah He'll buy the metal I- Hm Thank you Is your back Wenn man irgendwas braucht Dann kann den das verkaufen Und dann wird sie das ausstocken Nice Äh Verkaufen wir jetzt nochmal? Ja ich würd sagen wir handeln W- Ah Wie handeln besser W- 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 Das hat er vorrätig Und das hat er noch nicht W- 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 Jut, 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 weiter geht's, weiter geht's. Ich zahle das Geld. Versteh ich nicht. Wie lenken. I don't get it. Muss ich die jetzt bis dann nach hinten lenken, bis dann nach oben, wo wir vorhin waren, bei der Truhe? Ich check das nicht. Ah. Hab ich's nicht verstanden, das ist mir auch leider immer schade. Ah, ich sollte dich hier hochlenken. Toll. Soll das auch gleich. Pisser. Na, also... Hey, erst mal speichern. Jawohl, Alter. Geh ja voll ab hier. Ich weiß halt nicht, wo ich mit der scheiß Frucht hin muss. So was bin ich immer behindert, dann. Jo, die geht schon los, Alter. Jawohl, voll rasiert die Typen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich richtig laufe. Bestimmt, irgendwas übersehen. Ich muss jetzt mal. Ich muss jetzt mal wegschnacken. Ich muss jetzt mal wegschnacken. Ich muss jetzt mal wegschnacken. Oh, mein Bruder. Was ist das denn? Ich muss jetzt mal wegschnacken. Ich muss jetzt mal wegschnacken. Ich muss jetzt mal wegschnacken. Jetzt mal wegschnacken. Tschau... Was ist das? Den kenne ich nicht. Woooooow. Der sah so übelmikig aus. Anfang j tercebb haben sie gerät, diese B вопросы. Unser erster Boss wahrscheinlich Cool! Ich sehe jemanden da drüben. Ein Bär! Schaue sie, ob sie nichts zu essen haben. Wir sind ein bisschen in der Zeit, Fidgets. Hey, ich bin kein Pett. Aber ich würde es empfehlen. Oh, hallo! Du hast mich da überrascht. Sorry about that. Es ist schön, dass endlich ein Freund zu treffen. So, wir sind näher zu den Villag... Das heißt, Aurora Village? Ja, es ist nur von diesen Fienden. Was meinst du? Die Monster-Attacken da drüben haben immer schlimmer geworden. Gerade bevor du kamst. Ich... Sie ist richtig, Dust. Ich kann jemanden hören. Los geht's. Ja, bitte. Okay, los geht's. Wir müssen irgendjemanden retten. Weil wir der Held sind. Weil wir sind... Oh! Ein Speicherpunkt! Das ist ein Boss! Oh mein Gott! Diese Pose ist irgendwie... So wrong! Hilfe! 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 Ich denke, ich kann das enthalten. Nein, doch nicht. Wir haben alles gelernt, Dust. Schrei. Geh. Ach du Scheiße. Ich habe mir voll nur Geld gegeben. Ich will drüber springen über den Penis. Ja, Mann. Genau, ich wollte den, das einer, Stun. Boah, Alter, da passiert nicht was. Nein, ich wollte drüber, Mann! Nein! Das war dumm. Ich wollte drüber springen, das war so behindert. Okay, 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 unser erster Boss, shitbar. Hör mal locker, ich wollte nur was ausprobieren. Machen wir keinen Hotten hier. Ja, ja, komm. Ja, ich weiß. Ich fahre, ich stehe in die Form mit den Penissen. Oh, shit, Mann! Nein! Nein, ich habe operiert! Stopp! Wir müssen kurz Essen machen. Komm doch. What? Torst, mach dein Damage! Nein, warum? Warum? Ich werde wieder sterben. Ich will den Konter, Mann! Habe ich noch was zu essen? Ich bin richtig klasse in dem Spiel, muss ich sagen. Ich habe Angst, dass ich wirklich jetzt... Ich habe noch mal versucht zu kontern, oder ich sterbe. Fuck! Das mit dem Konter müssen wir noch üben. Da muss mehr rüberkommen. Wut? Wut? What? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Das spüre... Oh, mein Gott, das ist... Oh, mein Gott! Wir machen einfach die beste Technik. Hochsprung, angreifen, durchzwiebeln, hochspringen, angreifen, durchzwiebeln, hochspringen, angreifen, durchzwiebeln. Boah! Oh, nur 100er Kombo! Okay, wir werden jetzt herausfinden, wie man vernünftig diese Attacken von diesen Bastarden blockt. Weil da machen wir massive Damage. Das war sehr traurig, gerade. Oh, Alter! Dieser Drecksorat! Verpiss dich jetzt! Ich check's nicht! Ich check's einfach nicht! Aha. Okay. Ich check immer noch nicht, wann ich genau drücken muss. Ich weiss nicht. Nein, auch nicht. Ja, ey, ich musste gerade mein Ding machen. Okay. Okay. Die Blitze machen uns auch nicht besser, man. Ich kann auch nicht mehr zu sterben. Ich kann auch zu sterben. Ich habe auch nichts mehr zu essen, Alter. Das ist so behindert. Ich bin einfach der Beste, ey. Fuck, das ist so schwer, Mann. You have proven yourself a worthy swordsmaster. Bah, they weren't so tough. I could probably take on another four. Oh. What happened here? I, I don't know. We were out here checking the field. We've been having a lot of problems with smaller beasts. But this is the first time a ja- Then the first step of your journey is near its end to us. Yes, we arrived and that's gr- That has not yet been revealed to me. These people are safe. Well, you two- Yes. I just need a moment to rest. Not a problem. That's what- Hey! Who- Yes. Yes. Das war Leben, ey. Okay. Cool. Wir haben unseren ersten Boss besiegt. Unsere ersten drei Bosse. Meine übergeilen Pelikane. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich einfach die Counter-Attacks wieder raushole, weil ich es einfach drauf habe in diesem Spiel. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid übelgeil. Bis zum nächsten Mal.